ja hallo leute willkommen zurück bei blitzkrieg 3 schon eine ganze weile her seit dem letzten video und seit dem letzten patch 094 es gibt jetzt die erste mission der alliierten oder der der amerikaner das ganze wollte ich mir mal anschauen in der ersten epoche gibt es hier momentan sieht man nur operation kompass oder sowas was anderes sieht man hier nicht oder findet man noch nicht auf der karte ich würde sagen ich bin ganz am anfang also ich habe wirklich nichts wo die standard sachen ich drücke mal direkt rein es ist ein vorgegebenes szenario ich kann ihr keine keine ihr seht nichts einfügen und ja guck mal an am 10 juni 1940 hat italien großbritannien den krieg erklärt und ägypten angegriffen wo die britischen hauptschrittkräfte für afrika stationiert sind nachdem die italiener 100 kilometer ins landesinnere vorgerückt sind haben sie bei sidi barani halt gemacht die hinteren truppenteil legen straßen und ziehen wasserleitung zu diesen positionen ungeachtet dessen dass die italiener den briten zahlenmäßig vierfach überlegen sind plant das britische oberkommando ein gegenangriff auf den nichts anderen feind sie haben den auftrag erhalten ein sabotageakt in einem gegnerischen lage auszuführen um den feind zu demoralisieren und anschließend den angriff auf die haupt streitkräfte zu kommunieren gut ob mir das gelingt schauen wir mal ok 5 Sekunden, um zu schlafen. So eine Tutorial... So eine Tutorial, also so eine Einsteiger-Mission sein, wie es ja bei den Deutschen, bei den... äh, bei den Russen auch schon gab. Jetzt heißt es erst mal... Truppen sammeln... Wir treten schnell. Es ist kein Weg hier. Oh, da kommt noch mehr? Okay, das ist neu. Sir! Okay, wunderbar, gut. Dann können wir wieder aufstehen, uns mit den Jungs hier unten treffen. Das sind, äh, genau, Panzerabwehr... Genau, so ein Panzerabwehrtrupp. Ich habe schon mal ein bisschen gespielt gehabt. Du musst die Kamerabwehrtruppe entfernen, damit die Zephyrschen nach dem Wasserdepart. Aber... ja, es gab doch immer so einen kleinen Fehler, als ich immer nie weitergekommen bin. Tankerabwehrtruppe! Panzerabwehrtruppe! Ihr wollt euch für den Anstrengung vorbereiten. Alle anderen! Disträgte den Tank! Ja... Ich brauche einen Medik! Guck mal mal... Die Jungs sollen sich da mal hinlegen... Ihr auch... Die hauen jetzt ihre Granaten... Ich gehe zurück... Ihr kämpft bitte... Weil die Jungs ja nicht unbedingt die stärksten sind gegen... Ähm... Ja, gegen andere Infanterien. Aufstehen! 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 So, wir besetzen das MG... Wir ziehen hier einen Graben... Ja, die Jungs! Ja, Sir! Der Graben... So, die bleiben ein bisschen hinten... Ich denke, die werde ich später auf die Kippel rauchen können... So, die Jungs sind jetzt auch im Graben... Und los geht die Action! Äh, die... Familien hier, die... Das Lager oder diese Trinkwasserdingens... Depot... Von hier oben kommen noch ein paar Italiener... Aber ich denke, wir sind defensiv mit dem MG... Mit dem... Mit dem Graben ganz gut aufgestellt... Und... Ja, und dann sollten wir... Wie gesagt, ich... Den... Den Panzerabwehrtrupp halte ich mit Absicht... Da hinten... Da hinten... Ja, ja... Gut, gehen wir mal aus dem... Äh, Bunker, weil... Die KI möchte da unbedingt rein... Die müssen eliminiert werden... Okay, dann haben wir schon den nächsten Auftrag... Ähm... Hier die Dings einnehmen... Na... Okay... Ja, ich denke mal das... Spielchen kennt ihr hier schon... Einheiten auswählen... Die Taste Q... Äh, drücken... Um... Um... Die Gebäude zu stürmen... Und... Und... Dann klärt sich das Ganze... Guck mal mal hier... Der Feinde in den Häusern verschanzt sich von der Straße... Wir haben keine Chance... Also... Rangehen... Und... In die Häuser stürmen... Was wir eben mit diesen... Ja... Mit diesem Messer-Symbol... Oder mit diesen beiden Messern... Oder dem... Tastgrüssel Q... Eben... Ausführen können... Ja... Ja... Okay... Oh, okay... Ich hab neue Leute... Äh, was jetzt? Zurück, oder was? Wir müssen zurückziehen... Also wir müssen zurückziehen... Okay... Okay... Was soll ich machen? Äh, äh... Hängen sie hier... Kommen die jetzt von hier... Oder muss ich hier hin? Pfff... 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 Okay... Ich geh mal hier nach oben... Ich hab keinen Plan... Ja, die Jungs... Ausein Stunden? Pfff... ok erstmal kurz anhalten ich habe immer noch meine leute ok und habe jetzt erstmal nachschub ok dann gucken wir mal wo die in der hauplange finden sich fahrzeuge und sind so gestört bevor die italiener sie hineinsetzen ok dann machen wir die zur gruppe 2 machen wir auf eine bulle angriff oder was wir machen voll eingriff wahrscheinlich habe ich nicht viel zeit gruppe halt von siedeln nicht sagen wir können mit alle mit der liebe schuss ok anhalten aber infanterie nachrücken und hau mal hier ok ok zerstören sie verlegen sie nicht mehr als fünf infanterie ok exzellent na ja ok das sieht gut aus ja die frage ist ähm wie ich jetzt meine jungs ach ja hier sind auch noch welche an der gräben das habe ich gar nicht gesehen ich habe mir und ich habe und ich habe ich habe Okay, anhalten... äh, ähm... Kann ich jetzt auch hier rein? Gib mir mal Panzer einziehen. Ich kriege natürlich keine Panzer, ne? War klar. Ähm... Aber wir können mal... Das sind auch... Also das ist ein Panzerabwehr... Ich muss ja mal wissen, äh... Ja, ihr geht mal ins Geschütz. Wir nehmen das Geschütz. Hätte ich euch ganz gern. Warte, kommen sie schon? Okay, um die Zitone ein bisschen. Ja, ihr sollt. Auf die Feuern, Jungs. Und ansonsten können wir hier noch... ... ein paar Gräben ziehen. Wo mein Jungs rein können. Und ansonsten... Okay. okay 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 ja ich warte wahrscheinlich auf mein artillerie würde ich vorschlagen ich kann nur noch einmal umrangscharbende einheiten okay ist mir egal können die hier runter ja und jetzt erstmal hier im rhein wenn wir mal granaten treffen würden ja jungs müssen ein bisschen treffen können die hier runter aber wir gucken mal vielleicht ein bisschen was auskundschaften hier warte mal zerstören sie die warum soll ich die zerstören kann ich jetzt mit der pack ich glaube das funktioniert warum muss ich jetzt zerstören das gefällt mir gar nicht und hätte ich lieber besetzt ansonsten könnte ich auch noch hier rein kann man noch einen graben ziehen hier keine ahnung und holt euch mal den hier geht auch mit rein okay gut dann würde ich sagen wir haben eine ganz gute das sind erst mal das ist die beklagte dahin und sonst wir haben noch zwei Panzer wir wollen noch zwei Panzer äh finden sie den Feind umfang stimmt oh ernsthaft ist das euer Ernst ok ja wir gucken mal wo denn die Panzer rauskommen ja das ist Gruppe 2 mein Panzer ja die Matilla nice na gucken wir uns das nochmal an die sind auf jeden Fall ein bisschen langsamer aber wir können sie ja hier unten treffen ja ich halte die Stellung ich hab noch keine Ahnung was passieren wird na gut zurück ok wir machen erstmal den hier kaputt die gehen schnell kaputt das gefällt mir ein bisschen zurück sehen sie nun diese Graffiti Talenum äh ah ok das heißt es gibt jetzt gleich von zwei Flanken ins Gesicht oder wie wir ziehen sie mal hier ein bisschen zurück weil meine Fahrzeuge haben ja die höhere Reichweite und können natürlich immer noch schießen wir haben dich wir haben dich wir haben dich Leute 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 äh neutral sind die was ok was denn das ja wollen wir das mal ausprobieren können wir machen das mal äh 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 ok das sind immer noch welche ok soll ich das Ding jetzt irgendwie einnehmen ja ja nice oder sollten wir da helfen weil hier Sir los Jungs los Jungs los Jungs los Jungs ich muss auch nicht die Haupitzen kaputt machen man Jungs ah nice ja ich lass jetzt mal da äh schießen und äh oh ich glaub die sind dann eine ganze Weile beschäftigt wir gehen sie auch mal in den Nahkampf ouch wir sind hier äh kann die Artillerie nicht schießen weil ich in diesem Feld bin nice gut dann können wir jetzt die Artillerie besetzen ja äh äh ok dann holt euch den einmal besetzen dann ok ich kann mal mal gucken ob die Artillerie da wirken können jawohl oh sehr schön gut 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 ja und jetzt äh äh müssen wir nur die Stellung einnehmen hoch kriegt der Beschuss ja ok hab ich's doch richtig gesehen ich muss meine Artillerie ein bisschen ja ich muss meine Artillerie ein bisschen Gruppe 3 Feuer kommen da wahrscheinlich gar nicht ran oder? ok ja wie geht man da ran? von der Seite oh ich hab einen ich hab einen verloren naa wie war da wird einer? komm voran da ist er da ist er oh da ist er oh oh das war eine ok ich hab echt einen Panzer von ok gut das ist nicht ganz wild da ist er dann kommen die Jungs so weit ja ist außerhalb der Reichweite ok ey der macht alles kaputt von mir so so ok ok gut dann oberen wir das ganze keine Infanterie verloren bisschen Fahrzeuge sind ganz so wild und ja schon mal ja nice ach das ist aber nett ja das war Mission Nummer 1 was immer noch immer noch immer noch weiter ok oh man hat einen Schluck Kaffee trinken hier mein 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 äh entscheiden sie über Schicksale oh ok was machen wir mit ihnen das ist die Italiener hier die gelben was machen wir mit ihnen jetzt? ja das ist jetzt eine gute Frage bin ich ähm ich muss jetzt niemanden umnieten äh nein ganz klar nein und keine abschliessen nein und keine abschliessen genau nein nicht nur britische aber auch australien indien franz und polische forzen für diese die 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 in Cancer kann wir stor Seid ihr so sozial wie ich? Oder habt ihr Gnade walten lassen? Oder eher nicht? Ja, ich finde das ziemlich cool, dass die... Genau, hier kommen sie dann reingefahren, das finde ich zu mäßig. Ja, gab's dann gar keine ganze Menge. Kommt ihr Valentina auch? Ja, nice. Richtig geil. gut, ja dann ich bedanke mich und wir hören uns, wir sehen uns wieder zur nächsten Mission, tschö